Am Mittwoch haben wir bereits ein Video veröffentlicht, das sich um eine ganz besondere Nische des Crypto Spaces dreht, den Meme Coins. Fast keine andere Branche hat ein derartig hohes Risiko, aber wiederum auch im selben Atemzug Chance an Renditen. Ja, was man über diese Asset Klasse ganz klar sagen kann, was Kursentwicklungen betrifft, ist schlichtweg, Marketing ist alles, alles ist Marketing. Ja, und so schaut es jetzt eben aus, dass wir gesagt haben, da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein, haben uns einen Meme Coin rausgezogen, den wir faktisch jetzt ab Beginn begleiten werden, bis zum Mond oder vielleicht auch bis zum Boden, je nachdem was passieren wird. Auf unserem Kanal, da findest du spannende neue Projekte, du findest News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scans. Wenn dich die Themen interessieren, dann lass uns auf jeden Fall schon mal ein Abo da. Und bevor wir dir jetzt mal diesen Meme Coin vorstellen, ja, da haben wir noch einen Tipp an dich. Real Estate Token, über dieses Projekt haben wir schon häufiger gesprochen, wenn du noch gar nicht weißt, um was es geht. Hier, das neueste Update, das Interview mit Founder Kai Schiefner. Und am 18. März, da findet ein Offline Event statt. Stagast ist niemand Geringeres als der Investment Punk. Es wird zudem noch auf Pink Sale einen Live Presale geben. Und es wird auch noch das erste Immobilienprojekt vorgestellt. Wenn du jetzt wissen möchtest, ja, wie komme ich jetzt da an die Tickets in Frankfurt? In der Description alle Infos. Und jetzt checken wir den Meme Coin. Bevor wir jetzt weiter in die Projektanalyse einsteigen, ein eindringlicher Hinweis an dich. Es handelt sich hier um ein Hoch, 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 Hochrisikoinvestment. Und es kann keiner vorhersehen, was hier in irgendeiner Form passieren wird. Deswegen auch an der Stelle, wenn du in solche Projekte investierst, mach da bitte noch zusätzlich deine eigene Recherche. Also, du kennst Uptrend, hoffe ich zumindest. Und du weißt, wir machen hier eine faktenbasierte Analyse. Aber es ist da auch ganz wichtig und ganz klar, eben diese Fakten auch mal eiskalt auf den Tisch zu legen. Das Projekt, das wir uns jetzt rausgezogen haben, heißt Love, Hate, Ino. So, und was da eben relativ, nennen wir es, spannend ist, ist die Tatsache, der Pre-Sale, der ist gerade erst mal gestartet. Aber gefühlt, YouTube ist voll mit diesem Meme Coin und mit dem Projekt eben. Und auch schon Bannerwerbung haben wir gesehen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, den ziehen wir uns jetzt mal ein bisschen näher raus. Wichtig an der Stelle aber auch, es weiß kein Mensch, wie es mit dem Marketing weiterläuft. Das, was wir allerdings bisher gesehen haben, das ist schon mal ganz ansehnlich. Doch worum geht es jetzt genau? Bei Love and Hate, Ino, da darf natürlich die obligatorische Hunderasse nicht fehlen. Und hier soll es sich wiederum um einen Meme Coin mit Use Case handeln. Zumindest laut Website. Das heißt wiederum, dass ja die Token Holder an verschiedenen Umfragen bzw. Votings teilnehmen können. Das soll aktuelle Geschehnisse beinhalten, wie zum Beispiel Social Media und Andrew Tate. Ist er jetzt gut oder ist er jetzt böse? Also eben Love or Hate. Durch Staking der erworbenen Token hat jetzt der Investor eben die Möglichkeit, zum einen an den Umfragen teilzunehmen und wiederum, je nachdem wie viel er eben staked, seiner Stimme wiederum entsprechende Gewichtung zu geben. Ja, für eingefleischte Krypto-Enthusiasten, da dürfte das jetzt nicht das Nonplusultra sein und keinen davon umhauen. Für Meme Coin ist das aber quasi schon revolutionär. Also wenn man jetzt mal einen Blick auf die Website wirft, dann sieht man eben dieses typische Hunde-Design. Also du hast hier einmal den guten Hund, einmal hier den bösen Hund. Dann siehst du, was überhaupt bisher schon geraced wurde. Und wiederum, zu welchem Preis. Also an der Stelle sei erwähnt, gefühlt ist es irgendwie gang und gäbe und ein Muss, unendliche Dezimalzahlen und Stellen in einen Meme Coin zu packen. Du hast hier dann natürlich auch die Möglichkeit, direkt zu kaufen. Ob das jetzt sinnhaft oder nicht sinnhaft ist, das darf an der Stelle natürlich jeder für sich entscheiden. Dann geht es hier weiter. Der Use Case, der ist einfach mal in wenigen Worten erklärt. Also zuerst kaufst du mal die Token, dann stakt ihr die Token, dann könnt ihr voten und dadurch eben wiederum neue Token verdienen. Später wird es dann auch natürlich möglich sein, wiederum eigene Umfragen zu starten. Dann sieht man hier zum Beispiel ein Voting-Beispiel. Also hier kannst du zum Beispiel abstimmen, ob Elon Musk, Andrew Tate oder Donald Trump eben gut oder schlecht ist, beziehungsweise was eure Meinung dazu ist. Übrigens hier am Rande, das ist halt schon wieder ziemlich cool gemacht. Ja, aber dann geht es eben weiter. Danach folgt die Roadmap. Und da sieht man eins, das Projekt ist ein bisschen in Verzug, denn eigentlich sollte der Launch bereits im Q1-23 angedacht sein. Dann wiederum in Q2 sollen die Exchange-Listings stattfinden. Und an der Stelle mein ganz kleiner Hinweis, alles was Exchange betrifft, auf Maxi Global kannst du nicht nur über 1100 verschiedene Kryptowährungen über SEPA oder Kreditkarte kaufen. Du kannst weiterhin auf steigende oder fallende Kurse deine Lieblings-Kryptowährungen setzen. Kannst Futures handeln, in Krypto-ETFs investieren oder Staking betreiben. Also auf gut Deutsch, eine All-in-One-Plattform. Wenn dich jetzt interessiert, okay, wie kann ich das jetzt überhaupt nutzen, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung. Da sind alle weiteren Infos und auch der Link zu der Exchange. In Q3 wird dann das Staking freigeschalten. Und ja, die ersten Token, welche Nutzer dann durchs Voting verdienen können, werden dann somit eben auch freigeschaltet. Im Whitepaper, was ihr ebenfalls auf der Webseite findet, da haben wir wiederum noch ein spannendes Detail gefunden. Und zwar werden insgesamt 90% der kompletten Token-Menge bereits im Presale an die Community ausgegeben. Und nur 10% bleiben dann wiederum für Exchange-Listings und eben für Staking. Und ja, das ist vielleicht noch so ein bisschen ein positiver Hinweis, denn ein Rack-Puls soll so vorgebeugt werden. Und in der Tat ist es bei Meme-Coins leider die meiste Ursache eines schnell sinkenden Kurses, dass faktisch einfach das Team komplett ausverkauft. Das war es dann an der Stelle auch faktisch mit dem Punkt Tokenomics. Und auch ein Vesting sucht man hier vergeblich, was natürlich im Umkehrschluss logischerweise dazu führen kann, dass Investoren, die dann nicht ihr persönliches Kursziel sehen, entsprechend abverkaufen und damit natürlich auch der Kurs sehr schnell zusammenbrechen kann. Also an der Stelle sei nochmal erwähnt, bei solchen Projekten ist unserer Meinung nach zumindest sehr, sehr viel Vorsicht geboten. Und ja, ihr könnt eine Menge gewinnen, ihr könnt aber halt auch eine Menge verlieren. Und das darf euch an der Stelle auch faktisch bewusst sein. Schreibe uns doch da auch gerne mal in die Kommentare, was denkst du darüber? Also wie ist deine Meinung zu solchen Meme-Coins? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Hast du vielleicht auch schon Gewinne realisiert? Oder eher vielleicht im Umkehrschluss Verluste? Auch wenn die Kommunikation weitergehen soll, komm doch gerne in unsere Telegram-Gruppe. Link in der Description. Da können wir dann nochmal einfach im Austausch gehen und nochmal drüber sprechen. Ja, was ist denn da möglich? Und ja, was denkt die Community eben drüber? Und bevor du weiterscheidest, einen kleinen Tipp haben wir noch an dich. We send it. Garantiert hast du davon gehört, wenn du in der letzten Zeit im Cryptospace aktiv warst. Um was geht es in dem Projekt? Hier die Verlinkung. Und an der Stelle können wir dir auch noch das Founder-Interview ins Herz legen, was auch sehr, sehr spannend ist. Hier die Verlinkung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao. Bis dahin alles Gute. 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 Vielen Dank.